Servus und hallo, wir kommen zu Star Trek Timelines in einem unendlichen Wald des Welteis. Ganze 622 Videos hat es gedauert, bis ich dieses Thema anspreche. Es geht nämlich um gratis Dilizium und das ist mir eigentlich erst bewusst geworden durch einen YouTube-Kommentar. Und ich habe da meine Videos durchgeguckt, habe zwar immer einzelne Aspekte beleuchtet, aber nie wirklich eine komplette Liste. Das hole ich jetzt nach in Video 622. Also, servus und hallo zu diesem Thema. Wir werden uns jetzt 13 Bereiche anschauen und 8 von denen sind sogar gratis oder teilweise gratis. Let's go. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Der erste Weg, um an Dilizium zu kommen, ist Dilizium zu kaufen. No-Brainer. Wir klicken da oben auf das Dilizium-Symbol und sind hier schon in dem Shop. Den gibt es seit Beginn an. Sie haben die Preise ein bisschen angepasst, ein bisschen erhöht. Und ich habe am Anfang darüber mein Dilizium bekommen. Mittlerweile, wenn man jetzt neu startet, würde man sagen, nie wieder kaufe ich da etwas. Aber damals, wir hatten ja nichts und da gab es keine andere Möglichkeit. Das ist wirklich der allererste Weg. Man möchte Dilizium, man klickt auf das Symbol und man kommt in den Shop und denkt sich, hm, ja, gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, die Monatskarte ist auch okay. Aber dadurch, dass es mittlerweile so viel mehr Bereiche gibt, um an Dilizium zu kommen im Spiel, hat sich das so ein bisschen, wie soll ich sagen, da sind Motten drüber gekommen und Staub und Spinnweben. Also es ist nicht mehr wirklich aktuell, da noch sein Dilizium herzukriegen. Aber wenn man trotzdem sagt, man braucht jetzt aktuell ganz dringend so und so viel Kristalle, dann ist das hier die effektivste Möglichkeit. Punkt 2 ist die Offerwall. Die ist vor einiger Zeit dazugekommen ins Spiel. Da klickt man dann auf Dilizium kaufen und wenn man das Ganze am Mobile-Gerät spielt, gibt es dieses gratis Dilizium, diese Schaltfläche. Und da kommen dann zum Beispiel solche Offers wie Harvest Irgendwas, das Spiel installieren und auf Level 15 kommen. Und wenn man das schafft, dann gibt es 88 Dilizium als Belohnung. Wichtig zum Dazusagen ist auch noch, man muss das Harvest-Dingsbums das erste Mal installieren. Das heißt, das Handy merkt sich das, wenn man das jetzt vor drei Jahren mal gemacht hat, dann geht es nicht, dann kriegt man keine 88 Dilizium, selbst wenn man da jetzt zum ersten Mal auf Level 15 kommt in diesen Harvest-Dingsbums da. Warum habe ich vorher gesagt, teilweise gratis? Es gibt auch hier zum Beispiel etwas wie bei Hustle irgendwas, einen Ingame-Kauf durchführen. Dafür gibt es 196 Dilizium. Aber wie gesagt, halt nur, wenn man da auch etwas kauft. Und wenn man das dann erledigt hat, dann wird das abgewickelt. Dauert meistens so ein, zwei Tage. Und dann gibt es in die Inbox eine Belohnung. Und in dem Fall haben wir dann 147 Dilizium bekommen. Punkt drei ist wieder was zum Kaufen, nämlich der rotierende Shop mit den zeitlich limitierten Angeboten. Und die sind auf jeden Fall effektiver, als es über den normalen Shop zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz muss man da auf jeden Fall drauf achten, was für Angebote da rein flattern. Zum Beispiel haben wir hier jetzt etwas mit 2000 Dilizium und ein bisschen Crew-Packs und einer Citation für 28 Euro. Da gibt es wesentlich bessere Angebote, wo es mehr Dilizium gibt und wo es auch mehr Packs gibt und wo es auch noch Kronitonen dazu gibt. Also da muss man wirklich darauf aufpassen und sich nicht stressen lassen, oh shit, hier nur noch zwei Stunden verfügbar. Sondern sollte da wirklich darauf achten, ob es ein gutes Angebot ist. Aber generell kann man glaube ich sagen, dass die Preise besser sind als der reguläre Shop. Punkt vier, die Kampagne. Hier gibt es auch verschiedene Milestones, die man erreichen kann. Es gibt die Kampagne zum Kaufen und es gibt auch die Gratis-Kampagne. Und auch bei der Gratis-Kampagne gibt es gratis Dilizium. Ich stehe zum Beispiel gerade vor Stufe 75 und wenn ich die erreiche, gibt es 100 Dilizium gratis. Klarerweise gibt es da auch Möglichkeiten, Geld auszugeben für 11 Euro und für 27 Euro und dann wird es dann nochmal mehr Dilizium geben. Punkt fünf, Eventbelohnungen. Wenn wir in die Ereignisübersicht schauen und uns dann zum Beispiel eins von den Wochenende-Events anschauen, sollte man wirklich Rang 1 erreichen und damit der beste Spieler sein weltweit, dann gibt es immerhin 1300 Dilizium gratis. Und das Ganze geht doch beachtlich weit runter. Selbst wenn man zum Beispiel nur Rang 100.000 hat, sprich man startet das Event, spielt ganz wenig und hört auf, gibt es auch immerhin 25 Gratis Dilizium. Und das ist auch nicht zu verachten, weil über die Zeit läppert es sich zusammen. 25 ist natürlich kein Vergleich zu diesen 7000 Dilizium, die es einmalig gab in Timelines. Da gab es ein Event, wo man wirklich 7000 Dilizium bekommen konnte. Das haben sie dann, wie gesagt, nie wieder gemacht, einfach weil sie wahrscheinlich gesehen haben, oh shit, das führte dann sämtliche unserer Stores ad absurdum. Punkt sechs, über die Stasiskammer, respektive über die Sammlungen. Auch hier gibt es, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Crewmitgliedern unsterblich macht, immer wieder bei den Milestone-Belohnungen auch Dilizium dabei. Wenn ich jetzt runterscroll, wird uns sicher was ins Auge fallen. Ja, da zum Beispiel. In den Händen der Propheten, wenn ich jetzt 60 Leute hier unsterblich habe, bekomme ich 288 von Dilizium. Und das ist bei einigen von diesen Milestones der Fall. Punkt sieben, sind Account-Belohnungen. Wenn man eine bestimmte Anzahl an Leuten unsterblich macht, dann gibt es auch wieder gratis Dilizium. Und das Ganze geht bis zu 600. Ich habe das leider schon lang, lang erreicht. Vor zwei Jahren sind wir da, habe ich das Video rausgebracht, wo ich das Maximum erreicht habe. Also bis zu 600 Leuten, die man unsterblich macht, gibt es immer wieder, ich glaube so in 25er-Schritten, dann ein bisschen Reward. Und das ist gar nicht so zu verachten, weil 750 Gratis-Dilitium nimmt man gerne mal geschenkt mit. Punkt 8 sind meine geliebten Missionen. Ich bin ja großer Fan von den Missionen und hoffe, dass da bald was nachkommt. Teilweise werden sie, glaube ich, arg vernachlässigt von der Community. Aber ich finde die super praktisch, weil es ordentlich Belohnungen gibt. Und vor allem, wenn man sie richtig und clever spielt, sahnt man ordentlich ab. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Episode 10 anschauen und wir gehen auf Episch, dann gibt es hier einfach mal einen gratis Charakter abzustauben. Und wenn man jetzt am Mobile-Handy spielt und man schafft es, das abzuschließen und dann auch noch einen Belohnungs-Doppler sich freizuhalten, dann kriegt man einfach mal zweimal den 5-Steiner-Charakter. Und dasselbe natürlich auch mit den anderen Belohnungen. Hier kriegt man, wenn man Episode 10 abschließt, regulär 150 Dilithium. Wenn man diesen Belohnungs-Doppler verwendet auf dem Mobile-Handy, dann gibt es 300 Dilithium, was auch nicht zu verachten ist. Bei der Belohnung zum Beispiel haben wir auch noch mal 175 Dilithium. Das kann man dann auch noch mal mal zwei rechnen, wenn man es richtig anstellt. Hier hat man auch noch mal 150 Dilithium. Also da gibt es schon einiges, was man hier abzwacken kann. Nummer 9 sind In-Game-Nachrichten. Passiert zum Beispiel hier auch wieder, wenn es einen Server-Error gibt, dann entschuldigen sich die Entwickler und sagen, ja, sorry, tut uns leid, hier ein bisschen Belohnungen. Oder wenn es was Spezielles zum Feiern gibt, wie in dem Fall zum Beispiel, wir haben den Star Trek Day und da gibt es einfach mal 200 Dilithium geschenkt. Achtung, neuerdings gibt es auch so Ablauf-Dati. Das heißt, in 23 Tagen wäre diese Belohnung jetzt zum Beispiel weg und man könnte die dann nicht wieder aufrufen. Punkt 10 und damit der letzte Punkt, wie man im Spiel an Dilithium kommt, sind die Fleet Boss Battles. Wenn man den Boss schlägt oder gewisse Schadenszahlen, dann gibt es hier immer ein bisschen was an Magnesid und an Chemosid. Und diese Geschichten, die kann man dann wiederum verwenden, um auf seiner Brücke diese Milestones hier zu anlocken und da unten dann Belohnungen abzugraben. Jetzt aktuell bin ich auf Stufe 25. Da gibt es dann auch immerhin 300 Dilithium, die man sich einfach mal so abzwacken kann. Und damit sind wir durch mit den Gratismöglichkeiten. Es gibt aber nichtsdestotrotz noch drei Möglichkeiten, wo man für Geld Dilithium bekommt. Das eine ist der Webstore, den sie immer mal wieder so ein bisschen holberdatschig versuchen zu bewerben. Gelingt ihnen eher mau. Ich habe da zum Beispiel noch gar nichts gekauft. Aber nichtsdestotrotz, sie haben ihn, es gibt ihn. Deswegen wird er hier auch erwähnt. Wir haben hier zum Beispiel Limited Time Offers und würde hier, wenn man 50 Euro ausgibt, in diesem Webstore 6000 Dilithium bekommen. Punkt zwölf. Das geht einmalig und ich habe es gemacht. Das ist das Steam Startup Pack. Das ist ein DSC, was es auf Steam gibt für Star Trek Timelines und da kann man für 10 Euro dann ein bisschen was abgreifen, zum Beispiel Premium Packs und 700 Dilithium sind auch noch mit dabei. Und während der Preis noch gut argumentierbar ist, ist das zweite DSC, was es auf Steam gibt, dieses Commander Pack, schon ein bisschen teurer, mit 37 Euro bepreist und hier wird es 4000 Dilithium dann auch noch geben. Und der letzte Punkt, Punkt 13, über Prime Gaming Drops. Ich selber habe es noch nicht genutzt. Der Kenny, liebe Grüße an der Stelle, der hat mir mal einen Key zur Verfügung gestellt und da waren dann, glaube ich, zwei Packages mit drinnen und in dem Fall gerade läuft ein Drop mit ein bisschen Dilithium, sodass man halt eben dieses Prime Gaming offenbar braucht und kriegt dann so ein bisschen In-Game Goodies. In dem Fall sind es Credits und 250 Dilithium. Zum Ende des Videos muss ich natürlich auch erwähnen, dass es sich um 13 Methoden handelt zum Stand der Aufnahme im September 2023. Sie haben mit Version 10 gerade wieder neue Features angekündigt, die mal schauen, irgendwann reinkommen werden und natürlich gibt es dann noch mehr Möglichkeiten, um irgendwie Dilithium zu erhalten. Und das waren sie. Das waren die 13 Möglichkeiten, die mir jetzt eingefallen sind, um an Dilithium zu kommen. Jetzt natürlich am Ende des Videos der Call to Action. Schreibt es mir rein, ob ich irgendwas verpasst habe, irgendeine Möglichkeit, wie man noch an Dilithium kommen kann und wenn euch jetzt irgendwas im Detail interessiert, zum Beispiel, wie man diese Werbungen auf dem Mobile Handy effektiv nutzt oder wie man die Offerwall nutzt etc., dann guckt es euch mal die breit gefächerte Timelines, Guides und Pack Openings Playlist an. Die habe ich auch unten natürlich verlinkt. Gut, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein zu Star Trek Timelines, zu diesen Tipps und Tricks Video, wie ihr an gratis Dilithium kommt. Nach 622 Folgen ist es endlich soweit. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. .